Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich freue mich unfassbar doll auf Mangos mit Chili. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, nächste Woche kommt noch das offizielle Musikvideo. Und ich habe es schon gehört, es wird krass. Ich habe es noch nicht gesehen, aber mir wurde zugezwitschert in das linke oder das rechte Ohr. Es wird krass, ich freue mich sehr drauf. Jetzt haben wir also erstmal die Audio, auf die ich mich sehr, sehr doll freue. Und aufs Album auch, Freunde, es wird so ein gutes Album, glaube ich. Ich freue mich drauf, wir sind da gerade noch dabei. Die älteren englischen Songs von Nina aufzuholen, dass wir uns alle angehört haben, bis eben das neue Album rauskommt. Und ja, ich freue mich drauf. Mangos mit Chili. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben jetzt hier die Audio, wie gesagt, die Link zum Original, ganz oben in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir hören direkt rein. Ey, ich habe mich wirklich, wirklich ohne Scheiß den ganzen Freitag drauf gefreut. Ich war noch in Berlin nach Hause zu kommen und hier rein zu hören mit euch. Und jetzt ist es soweit. Los geht's. Ganz ungewöhnlicher Beat. Frischer Kopf, frische Gläser. Hm. Jede Kostad hat mich auf Kostad und ich hab mehr als die Leder. Boah. Frischer Wind für die Szene. Rennen raus in den Regen. Ganz kurz, frischer Wind für die Szene beschreibt so die ersten 20 Sekunden von dem Song perfekt. Wirklich, der Vibe, der Beat, der Style. Ja, frischer Wind für die Szene. Hm. Ganz im Kauwerk die Straßen auf, bis sich alle mit mir bewegen. Ja, ich gehe nicht weg, mach's mir bequem. Blazer sind echt, spielen was ich will. Ich träum von einem Wunder, Glück in Berlin. Mach, dass es gut wird, mach es mir schön. Boah, es gibt mir so ein bisschen Feminello-Vibes. Und Feminello ist mit meinen, es ist super schwer, es change ich immer, auf jeden Fall in den Top 3 Nina Chupa-Songs von mir. Ähm. Und es macht auf jeden Fall dieses, diese, diese Lebenslust drückt es für mich aus. Wissen Sie, diese Lebensfreude und diese Leichtigkeit vom Leben, das drückt der Song jetzt schon für mich aus. Ich träum von einem Wunder, Glück in Berlin. Mach, dass es gut wird, mach es mir schön. Schmeiß weg, dass ich nicht mehr brauch. Das ist die Hörprobe, die wir schon gehört haben. High Speed, gerne hält mich auf. Gib mir einfach und mach laut. Bin ausgeschlafen und bestens gelaunt. Boah. Hier ist keine Sicht verbaut. Kein Bock, nur Stress, nur Stau. Reicht dich, gar nicht für das Ticket hier raus. Also kaufe ich den Himmel und streiche mir blau. Boah, das ist wirklich dieser Lebensfreude, Lebenslust, Leichtigkeit, Sorgen vergessen und einfach mal eine Nacht lang wirklich glücklich sein. Am Leben sein. Das strahlt der Song für mich aus. Lexico City, Mangos mit Chili. Bunchies sind groß und die Röcke sind mini. Es hat sich gelohnt, hab keinen Job im Büro. Meine Sterne stehen gut zwischen Dreck und Graffiti. Ich nehm alle mit. Schreibe auf Inseln. Boah, ich find's auch krass, wirklich ihre Voice-Range so, wisst ihr? Also dieses typische von ihr, würde ich fast sagen, ist so dieses eher ruhige, nicht geflüsterte, aber so soft-spoken so ein bisschen. Aber wenn sie da teilweise so echt hoch geht oder auch jetzt gerade in der Huxel mit Power daherkommt, das finde ich so voll bemerkenswert, wie die Reviation da so ist bei ihrer Stimme einfach. Turt durch die Charts, wenn ich da gerade hin will und falls ich mal für ein paar Tage verschwinde, komm ich zurück mit nem strahlenden Grinsen. Boah, voll schön. Schmeiß weg, was ich nicht mehr brauch. Boah. Boah, ich kann mir erst einfach nur vorstellen, wie dieses Musikvideo sein wird. Das wird so ein richtig schönes Musikvideo, man. Ich seh's schon. Ich seh's schon. Das ist auch so ne schöne Zeile irgendwie, ich weiß nicht. Es reicht nicht ganz für das Ticket hier raus, aber scheiß drauf, ich kauf den Himmel und schreiche mir blau. Voll, ich weiß nicht. Voll, voll der schöne Song einfach irgendwie. Ich weiß weg, was ich nicht mehr brauch. High Speed, keiner hält mich auf. Gib mir einen Song und mach laut. Bin ausgeschlafen und bestens gelaunt. Auch dieses Lachen da drin, dieses kleine, ich weiß nicht. Einfach voll, voll dieser schöne Song zum, ja weiß nicht, ich hab's schon oft gesagt jetzt, aber so dieses, dieses glücklich sein, dieses Freisein so ein bisschen. Meine Sicht verbaut, kein Bock, nur Stress, nur Stauch. Reiß dich ganz für das Ticket hier raus, also kauf ich den Himmel und schreiche mir blau. So ein guter Beat wirklich, holy shit, so ein guter Beat. Es klingt ein bisschen, es klingt ein bisschen nach einem A-Side-Beat. Ich schau mal nach, ich weiß es noch nicht, das Ganze ist... Wo haben wir es denn, wo haben wir es denn? Von Doki, okay, Doki und Michael Burek, okay. Alright. Und wir hatten tatsächlich einen richtigen Bläser, Christian Gabern, crazy, okay. Ey, ultra nice. Aber A-Side ist auf jeden Fall mit, mit Composer und Lyricist, okay. Alright, 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 A-Side hat immer seine Finger im Spiel, man. Holy shit. Ey, so ein guter Song, wirklich dieses komplette Ding, wenn du einfach mal Urlaub in Form von einem Song komprimiert haben willst, ist das, dieser Song hab ich das Gefühl. Ich hab direkt Bock rauszugehen und keine Ahnung. Es würde sehr weird aussehen, wenn ich jetzt auf die Straße rausgehen würde und einfach tanzen würde. Das würde komisch sein, aber ich fühl mich gerade danach, wisst ihr. So ein Ding ist das auf jeden Fall. Ich freu mich so auf das Album. Glas wird das heißen, eventuellerweise, mini, mini, mini eventuellerweise, Freunde. Ich will, nee, noch nicht, noch nicht, ich sag noch nichts. Auf jeden Fall freu ich mich sehr auf das Album und wir werden auf jeden Fall noch alle älteren Songs uns anhören, logischerweise. Und alle vom neu erschienenen Album, logischerweise auch so schnell es geht. Ich freu mich drauf, ich bin, ich bin sehr, sehr großer, sehr, sehr großer Fan, wie ihr wisst. Und ey, wir haben nächste Woche noch das Musikvideo. Wenn da in diesem Musikvideo nichts Mangos mit Chili vorkommen, dann bin ich enttäuscht. Ich sag's, wie es ist. Ich freu mich, habt einen wunderbaren Tag, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt mindestens genauso viel gute Laune gerade gehabt wie ich. Und dann sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bis dahin, ciao.